na 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 ich hallo ich würde jetzt als Techniker werden aber es war einfach zu geil, es war einfach geil, meine Freunde, es war einfach geil, ey. Super Worte, hey! Blöde Stück Scheiße. Dieses blöde Stück Scheiße. Und das warst du. Achso, achso. Wie nach Spaß, Karl, wollen wir mal Megacity aufs ganze wieder gehen? Wir markieren, dann ist okay. Dann können wir das gerne so machen. Mh, wollen wir direkt oben irgendwo drauf? Ah, komm so. Da gehen wir direkt oben drauf. Ja, ich hab nur negative Sachen von dir erfahren, Sophia. Nur negative Sachen. Ja, ist klar, du kleine Arsch. Naja. Wo bist du, wie war ich jetzt was da? Ich hab, ich hab, ich hab von beiden erzählt, das ist sehr nett. Sind. Naja. Ich hab euch jetzt nicht näher irgendwie, äh, bin jetzt nicht näher drauf eingegangen, jetzt wer wer ist, weil die erste Folge vorhin von Boskal war, äh, als ich gesagt hab, dass eine Arbeitskollegin war. Sieht sie gut aus? Und ja, du weißt ja, wie Männer da so sind, da sind sie ein bisschen schweigsam. Du hast ja gar nicht geschwiegen. Hä? Du hast ja gar nicht geschwiegen. Ne, ich hab bald erzählt. Ich hab ja nicht gesagt, wer, äh, wie Laura aussieht oder so, hab ich nicht gesagt. Aber du hast gesagt, wer von beiden Hübscher ist. Habe ich auch nicht gesagt. Die Geschichte, wie man Zwietracht zählt, ne? Kleiner Sack, ey. Nein, 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 nein. So, das war heute nicht. Okay. Also wenn ich gleich wieder auf dem Boden bin, hm? Bist du in Rundlinge? Ich bin gerade drunter. Wenn du gleich tot bist, dann... Ja, ich hab hier schritte... Ja, wie immer halt. Ich hab Schritte gehört, aber ich seh sie nicht, wo sie herkommen. Okay. Oh, Schüsse, äh, Nordosten. Hm? Nordosten, Osten. Okay. Viel Spaß. Ich hab's hier im Hut, wo du möchtest. Geil mitnehmen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Glaube mir. Geil. Ich schiesse hier... Ah, der sagt Tor. Hä? Siehst du was, oder? Boss, ja. Ah, hallo! Ich bin ja sehr verbunden, dass ich das Schild für mich gespielt habe. Gerne, gerne. Steh ich noch. Alter! Noch mehr? Halte mir mein Oberschild weg! Ich glaub's nicht. Echte Menschen. Noch mehr ABC? Ja. Okay. Wie geht's denn hier runter zum Tresor? Warte mal, warte mal. Ach so. Ähm, hier rein. Hier rein. Hier guck. Ah, ja. Ja. Schild. Schild. Oh. So. Los, mich rein hier. Du hast Sesam. Oh. Oh. Oh, mit. Oh. 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 He 하는데 RTW? Meine Faser, ich kann mich auch nicht drehen. Und ist das die Pizza? Ich war halt auch irgendwas für Rüstung, ich hab keine Rüstung. Komm mal her. Ich schau, was für dich. Mhhh leckerli, dankeschön. Was übrig ist, nimm bitte mit, ne? Damit, weil das kannst du ja instant dann verputzen. Ja, ich lass dann hier das Ding da. Du lässt dein Ding da? Den Kanalwerfer. Ja, dann lass ich dem er da. Ich weiß nicht gut, was du spielst, lieber. Ich lass den Kanalwerfer da. Gut, dann nehm ich nochmal mit, solange ich keine Mobility hab. Sonst wird er gegen Mobility getauscht. Nein, das geht weit rum. Okay. Hier wäre wieder ein Köffler. Ein Köffler. Köffler und Dichelin. Oh, hier, bei mir ist er wieder. Ja. Ja. Was sind die denn? Ach da. Ja, genau. Tod. Der war aber gleich weg, ja. Ja. Hinter uns. Ach, das bist gar nicht du. Nee. Instant. Ach, auch instant. Gehen wir kurz rüber wegen Munition. Jo. Jo. Oh, der hätte mich schneibern können. Der hat auch schneiber gehabt. Ja, der war voll gut. Ist da noch ein Gegennatz? Nein, das war ein Bus. Okay. Okay. Boah, Alter, du hast mir mein Schild weggeklopft. Ich guck mal kurz, wo's da drüben liegt. Pizza. Hm. Gegner? Ach, ja. So, ich muss mich grad konzentrieren. War ein Gegner. Okay. Na dann. Hier ist auch noch ne Pizza. Aber war auch wieder instant tot. Ich versteh's nicht. Okay. Was für ne Pizza-Stücken da und nehm dafür ganze Pizza mit? Wo kannst du da drüben noch die Pizza-Stücken haben, wenn du magst? Äh, ich nehm hier vier Stück mit, die die Lockout hier. Scheiße, hätt ich's eher gehört. Hätt ich mir diese komplette Pizza mitnehmen können. Oh, okay. Na, ich hab die auch grad erst sehen, wenn ich dann zu spät war. Cool. Hab den voll. Geh mir den Haufen. Oh, hau doch. Damit fahr ich dich jetzt über den Haufen. Okay. Du den kannst aber auch. Oh mein Gott, man hat kommt. Das ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Also. Das ist ein Tuch, ne? Nee, kein Tuch. Nein, nein! ich dachte es bringt was hier ist wieder da hallo oder ich sage lieber arbeitskollegen was kann hier ein gewirr aber wie immer ohne gewehr ich nehme das gewehr ohne gewehr mit gewehr ich habe anders auch geflügt aber da hauen wir ganz schnell ab auch vielleicht die sind alle so aggressiv so viel schießt die schießen du sagst hallo schießen zurück du sagst sie können wir drüber reden schießen weiter keine chance über den ordner hier machen und dann das scheiße ganz ganz große scheiße ja ganz großes kacka alter was ist das für ein auto? fahr es dauert ja schon wieder hier ich habe eine straße getrunken rechts abbie ja rechts versuchen wir da vorne zu der säule ja gold schocken wir nimmer weil nimmer schocken ne gold schocken wir noch nimmer rauskommt gold 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 sind alle alle frei da huiiiiiii sophia kennt nen trick wie der schneller aufgeht aber den dürfen wir nicht schauen weil es ein glitches das möchte ich nicht wissen mach mal, mach mal glitch ich weiß ihn ja nicht, sie hat ja gesagt man darf ihn nicht verraten ich bete es an ich bete es an ich bete es an du betest sie an, okay was für ein ding was für ein ding? ein ehmol ist das nicht ein target hier muss gibt es denn hier schöne seine warum kann ich sterb verrückt da ist orange gegen orange, okay schlürf es so kommsch mit kommsch mit kommsch mit, gut hab ich schon ne ne okay hups jetzt hab ich meine waffe hier auch das hier ein wo ich einstecken wurde getauscht upsie daisy wir nehmen davor noch das spiel ein oder? nö ja dann kann das scheiß spiel jetzt noch nicht einen blöden rambock oder äh wer sind die schockis? die schockwärts? ja die schockwärts links links rechts auch noch rechts auch noch ne ne manche geschossen, ich war verrückt ja rechts fast dann ah der flüchtet dann tot die schockgarten bleiben ist sehr schön zusammen toll ne? ja es gibt da nämlich eine von zwei arbeitskollegen den kommst du gar nicht hinterher die sind die ganze zeit schon am rumpouncen wie so ein gummibärchen gummibären springen hier und da und überall das ist die arbeitskollegin sophie das sind die gummibärchen achso du kommst kaum hinterher und natürlich werden wir hinten weggeschossen und dann find's dann bin ich nicht zurück und wird auf mich zu uns auch noch erschossen und äh es endet immer gleich wo sind denn jetzt? hehehe so ich hab immer noch keinen rambock net rambock ja die ist was rot lockiert im gebeutel ja ja das ist dann fair du kannst Schlüssels kaufen du kannst legendäre äh doppelmagasin gewehr du kannst ihn anheuern wenn man stufe 10 rum hat ja ich hab Windows 6 das war so schön wenn ich mal wieder welchen hätte ja ne sophie fragt gerade wie unsere namen gekommen sind ok das hat mein genut heiße ich eigentlich Pascal die hatte ich Pascal genannt was geht denn ey Pizza Comet also Pizza Comet äh früher altes noch als sie noch klein war ja gut naiv also klein ist er immer noch aber äh jünger meinte das ist richtig das mein ich doch aber äh da konnte man seinen Namen damals als Rundim generieren lassen und da kam dann tatsächlich Pizza Comet 4 8i raus und seitdem das fand ich so geil seitdem hab ich den und den Namen hab ich seit 2000 13 14 oder so äh äh bin ich jetzt dran? nein bist ja auch nicht so viel das war nur ein bisschen Spaß keine Sorge alles gut ähm bei mir also früher ganz ganz früher hatte ich einen anderen Game Attack der war Syneric der war aus dem Film King Arthur wo der ähm wie heißt der deutsche Schauspieler äh jetzt komm ich mal Till Schweiger den fand ich damals eigentlich ganz ganz jung nicht schlecht wie er so ein paar Hollywood Filme gemacht hat und Replacement Killer zum Beispiel ne ähm dort hieß er eigentlich in dem Film hieß eigentlich Syneric weil er ein Wikinger gespielt hat aber der nochmal war schon weg und da war ich kreativ und hab in dem mit einfach ein E reingepastelt und und damit war es jahrelang Syneric genau und das war auf jeder Konsole aber irgendwann kam dann mal wieder so die Zeit wo ich Multiplayer und so gar nicht mehr so gespielt hab sondern zu meinen Wurzeln zurückgekehrt Final Fantasy und das ist eigentlich meiner nur der japanische dafür weiter gar nichts ganz simpel eigentlich nur Final Fantasy was markierst du ach Schockies 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 und da soll ich grad dich hinterm Rederfluss grad nicht unterbrechen deswegen dachte ich jetzt du komm mal nach die Das war sehr lieb von dir hast du die Karte da reingesteckt? Eben wir sind in die folge Richtung gelaufen, unser Ziel ist hinter uns. Du bist eigentlich mit mir nachgelaufen, ich wollte zurückgelaufen und dann schaust du immer hier. Ich wollte wirklich mein Equipment wiederholen. Dein Equipment? Mein Equipment. Ach Equipment, ich war jetzt Kippen verstanden. Denkst du, seit wann raus ist denn du? Wiegelegen? Schon immer, aber ich seit meiner Geburt. Passive oder Aktiv-Passive? Oh hier. Neutral. Einer weg. Und sind wir aus. Na gut, das ist ein Gesicht. Wamm, 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 wamm. Das ist aber nicht. Gut, das waren beide weg. Weeeee. Back to the Lobby. Ich krieg noch mal Schüsse. Noch mal Schüsse? Gut, dann schießen wir zurück. Wenn der Schmerz mich trifft, dann schießen wir zurück. Noch nicht auf uns, glaub ich. Ich geh mal aufs Dach hier kurz. Ich geh aufs Kleine. Oh, links von uns, hier. In den Turm. Einer ist da drin. Und der andere ist dahinter. Mhm. Scheiße, jetzt hab ich den Granatwerfer weggeschmissen. Einer ist weg. Ja, genau. Sehr gut gemacht, Pascal. Bravo. So, guck mal, was die anderen so spielen. Mhm, ja. Ja. Das ist halt jetzt ein bisschen mehr mein Game voll. War's dein Game. Ja, ja. Wie oft hast du mich gerätzt? Drei Mal oder so? Ich glaub, dreimal war's ja. Guck mal, die spielen da hinten. Die spielen die fangen. Einer weg. Links ist noch einer hinter dem Strohbollen. Irgendwo hier. Ja. Ah, doch, hinter der Mann. Ja, ich seh'n immer noch nicht. Ja, der ist direkt hier hinten. Ja, tot. Ist ja unten drin gekoppelt, ey. Der könnte auch tot sein. Ich weiß gar nicht. Ich verstehe jetzt. Ich verstehe jetzt. Ah, von hinter uns nochmal. Genockt. Auf der Strahse bei der Linken. Jo. Okay. Ah, ist sehr gut. Ich hab immer das Gefühl, ein paar Schüsse gehen daneben. Ich versteh's nicht, aber... Ich weiß aber nicht, warum die Empfindlichkeit so weit unten war. Ich guck mich vorhin überhaupt nicht drehen. I got the key. Mhm. Die Befürchtung, dass der hinten noch irgendwas rumrennt, ne? Ich weiß, ich hab grad ganz ein gutes Gefühl. Von Nordwesten. Dann lass uns nachgucken. Dann lass uns nachgucken. Moment mal, stopp. Noch drei Gegner. Drei Gegner noch. Noch drei Gegners. Dann haben wir noch einen Einzelnen irgendwo. Ja. Einen Einzelnen und... Okay, hier ist einer gestorben. Das war der vom Vollen vielleicht. Ah, jetzt mit den Waffen... Oh, wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los. Ja, wir müssen... Das wär zu peinlich. Ich geh auch nur legendäre Waffen dabei, ne? Ach, hier ist der Moped. Kommst du mit mir mit? Ja. Ja. Wir weiten wir zusammen mit Inner-Solar-Untergang. Wo ist der Turbo? Wir gehen hier auf diese kleine Runde. Wir gehen hier auf diese kleine Runde. Wollen wir gleich nach links weiter hinterlaufen, ein Stück? Jawoll. Wegen der nächsten Zone, da sind wir direkt so Häuschen. Da sind wir direkt drin. Da können wir noch mal was aus den Truhen rausholen. Und vor allem können sie dann alle auf uns zulaufen. Und die unten bleifressen. Die können bleifressen und brezeln zu, hä? Naja, Frally. Willst du was haben dich aus dem Küstler? Ich hab alles eigentlich orange gegangen. Also Lila wär bei mir jetzt ein Downgrade. Ja. Selbe. Da hinten. Ein Gegner. Rot markiert. Ist gerade einer rumgelaufen. Der ist runter. Jetzt hat er sich hochgeschossen. Ja, er geht links nach hinten irgendwo. Da links ist auch noch einer. Zwei. Sniper dabei. Ja, Sniper dabei. Geil. Oh, du messest jetzt das... Ja, das kommt nicht. Scheiße. Vorsicht. Ich hätte einen Sniper gern weg. Ach, die haben beide Sniper hier? Ach, sie ist? Boah, ich krieg halt nix, ne? Boah. Ja, okay. Der hat einen legendären Sniper. Ja, ist sehr gut. Zweiter hat Sniper noch. Warte auf, ich geh jetzt zum Haus hinter. Ich krabbel zum Haus. Jawohl, das war der letzte! Ja. Wuuu. GG. Boah, mal wieder was gewonnen, ey. Geiler Scheiß. Boah. Heuuu. Boah. Gott sei Dank. Ach, das sind verkackt. Ja, aber alter, was gulden, der war vom Reisen, ist nicht mehr feinlich, ey. Kommen wir jetzt nämlich gleich extra auf. Ja, und die DMR, ne? Ist ja ne schöne Waffe. Globunnen. Sta, или was gu estrut ManalAND introduced? Ja. Da, nebenan ja noch was es aber auch eher entspricht. Außen an. Entschuldigung, hier kommt? Ja,sea, meinen Tod. cliffe